Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video besprechen wir den von dem EU-Parlament viel diskutierten Verbot Proof-of-Rock-basierter Dienstleistungen bzw. dem sogenannten Bitcoin-Verbot. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Okay, wie ihr alle sich in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen habt, wurde hier in dem EU-Parlament ein Verbot von Proof-of-Rock-basierten Dienstleistungen, was letztendlich an einem Bitcoin-Verbot gleichkommt, diskutiert. Für alle, die die bisherigen Geschehnisse nicht mitbekommen haben, möchte ich das hier nochmal kurz zusammenfassen. Also anfangs war es eben so, dass es innerhalb der Mika-Verordnung einen Paragraf gab, welcher eben Proof-of-Rock-basierte Dienstleistungen verbieten möchte. Das würde eben einem Bitcoin-Verbot gleichkommen. Allerdings wurde dieser problematische Paragraf dann vorerst rausgestrichen und letztendlich war es dann aber so, dass jetzt, bevor über diese Verordnung abgestimmt wird, heute am 14. März, hier dieser problematische Paragraf, welcher mit dem Proof-of-Rock-Bann beinhaltet, umgeschrieben wurde. Hierbei wurde so gesehen ein kleiner Taschenspielertrick angewendet, denn man hat das Ganze umformuliert. Es ging dann nicht mehr explizit um den Verbot von Proof-of-Rock-basierten Dienstleistungen, sondern um den Bann von Dienstleistungen bzw. von Kryptos, die eben nicht als nachhaltig gelten, was letztendlich einem Proof-of-Rock-Verbot gleichkommt, da eben Proof-of-Rock als nicht nachhaltig gilt. Somit war dann eben dieser kritische Paragraf wieder beinhaltet und heute am 14. März wurde dann über diese Verordnung abgestimmt in dem EU-Parlament. Innerhalb des EU-Parlaments wurde dann heute von der ECON, das ist der Ausschuss für Wirtschaft und Währung, über diesen Proof-of-Rock-Verbot abgestimmt und dabei war es so, dass 32 Abgeordnete gegen diesen Vorschlag waren, also gegen den Verbot von Proof-of-Rock und 24 der Abgeordneten waren dafür. Hierbei gilt es zu beachten, dass eher die konservativen Parteien sich entgegen diesen Vorschlag ausgesprochen haben, währenddessen hier eher die linken Kräfte, also Sozialdemokraten, die Linken und Grünen, dafür gestimmt haben. Das heißt also, jetzt wurde hier diese akute Gefahr erst mal abgewandt, dadurch, dass eben hier die Mehrheit entgegen diesen Vorschlags hier zum Verbot von Proof-of-Rock-basierten Dienstleistungen gestimmt haben, was hier schon mal ein erster Sieg zugesehen für die Kryptowährung hier heute innerhalb der EU ist. Allerdings ist die Gefahr noch nicht komplett gebannt, denn die Fraktion, welche jetzt eben hier verloren hat, also die jetzt hier überstimmt wurde, könnte ein Veto einlegen und dann würde das Ganze nochmal zur Diskussion ins Plenum des Parlaments kommen. Dazu benötigen, eben jetzt hier die Kräfte, die verloren haben, also die jetzt hier eher die linken Parteien waren, die dieses Verbot eben möchten, bräuchte nur ein Zehntel der Stimmen, die sie haben und dann könnte hier eben der Proof-of-Work-Verbot nochmal auf höheren Ebenen diskutiert werden und vor allem ist es auch so, dass noch außerhalb der Mika-Verordnung eine Proof-of-Work-Regulation eben auch nochmal diskutiert werden könnte im Rahmen eben der Nachhaltigkeitstaxonomie. Da geht es eben darum, wie man die Klimaziele erreicht und ob dort eben Proof-of-Work zulässig ist oder nicht. Das heißt also, die Gefahr ist noch nicht komplett gebannt, aber für den heutigen Tag war auf jeden Fall hier die Entscheidung in dem EU-Parlament schon mal ein deutliches Signal, dass es eben hier auch Kräfte gibt, die sich eben für Proof-of-Work ausgesprochen haben. All diese Informationen könnt ihr im Detail nochmal auf dem Twitter-Kanal von Patrick Hansen nachlesen. Ich werde euch hier auch diese Twitter-Posts in der Videobeschreibung verlinken für alle, die sich wirklich im Detail hier um diese Angelegenheit interessieren, sollten Patrick Hansen auf Twitter auf jeden Fall folgen. Und abschließend möchte ich noch ein paar persönliche Worte zu der gesamten Diskussion jetzt hier um dem Proof-of-Work-Verbot innerhalb der EU sagen. Ihr wisst ja, mit meiner persönlichen Meinung halte ich mich eigentlich immer zurück. Ich versuche immer die Geschehnisse aus einem neutralen Standpunkt zu bewerten. Nur was mich jetzt hier bei dieser ganzen Diskussion fast schon erschrocken hat, ist eben, dass der Use-Case von Bitcoin selbst jetzt hier innerhalb der Krypto-Szene einigen noch nicht ganz klar ist. Und zwar habe ich eben verschiedene Kommentare gelesen, wo jetzt eben generell sehr viele Investoren große Panik hatten. Was ist jetzt, wenn hier Bitcoin verboten wird? Muss ich dann die EU verlassen? Werden wir dann die gesamten Bitcoin abgeholt? Kann ich dann gar keine Bitcoin mehr kaufen? Muss ich dann ein Wallet außerhalb der EU irgendwie aufmachen, um dann noch sicher an meine Bitcoin ranzukommen? Und das zeigt mir persönlich einfach, dass das Basiswissen um den Use-Case von Bitcoin noch nicht immer gut vermittelt ist. Da nehme ich mich selbst auch nicht raus. Also wenn man einfach schon sehr lang hier in der Krypto-Szene drin ist, scheint vieles einfach schon selbstverständlich zu sein, was aber da draußen der Masse noch nicht selbstverständlich ist. Deswegen möchte ich hierzu einfach nochmal ein paar klare Worte jetzt verlieren. Und zwar sind diese gesamten EU-Verordnungen, wer auch immer sie macht, komplett irrelevant. Bitcoin ist ein dezentrales, zensurresistentes Netzwerk. Niemand kann Bitcoin verbieten. Das hat noch nicht mal China geschafft. Und das wird auch nicht die EU schaffen. Die EU kann höchstens sich selbst an der Teilnahme vom Bitcoin-Netzwerk ausschließen, indem sie eben Proof-of-Work-Dienstleistungen verbieten. Dann werden einfach alle Unternehmen die EU verlassen. Aber das wird Bitcoin nicht zerstören. Das wird die EU einfach nur zerstören, weil wir dann neben der Digitalisierung eben auch einfach noch die Blockchain-Industrie komplett verpassen werden, was letztendlich aber nicht Bitcoin schaden wird. Alle Firmen gehen einfach nur an Standorte, wo eben Blockchain-Technologien unterstützt werden. Das bedeutet also, wenn man jetzt seine Bitcoin schon gekauft hat, sie auf seinem Ledger hat, braucht man absolut keine Sorgen zu haben, selbst wenn Proof-Work irgendwann mal verboten werden sollte innerhalb der EU. Wenn du deine Bitcoin auf deinem Ledger hast und deine 24 Wörter auswendig kennst, gibt es keine Macht auf dieser Welt, welche dir deine Bitcoin gegen deinen Willen abholen können. Denn Bitcoin ist digitales Eigentum. Das ist der große Use-Case von Bitcoin. Bitcoin ist es egal, wer du bist. Bitcoin ist es egal, wo du herkommst. Bitcoin ist frei für alle. Bitcoin steht für Freiheit, für Selbstverantwortung, für Selbstverwaltung, für jedes Individuum. Und dann werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Bitcoin-Chart. Hier hat sich die Situation nicht verändert und ihr seht auch diese gesamte EU-Diskussion hier um den Proof-Work-Verbot hatte keinen großartigen Einfluss hier. auf den Bitcoin-Preis. Wir haben jetzt weder einen großen Ausverkauf gesehen, als hier der Verbot im Raum stand, noch haben wir jetzt einen großen Pump gesehen, als hier der Verbot jetzt vorerst ausgeschlossen wurde. Das heißt also, nach wie vor achten wir hier auf unsere wichtige Support-Zone bei 38.000 Dollar. Hier haben wir einmal diese aufsteigende rote Linie, wo wir entlang jetzt hier höhere Tiefs geformt haben. Das heißt also, diese rote Linie hat ja durchgehend als Support gedient, wie eben auch hier unsere horizontale Linie bei 38.000 Dollar. Das bedeutet also nach wie vor, erst wenn wir hier unter die 38.000 Dollar fallen, hier dann eine Tageskerze unter den Support schließen und hier einen erfolgreichen Retest sehen, dann gehen wir hier short in Richtung 34.000 bis 30.000 Dollar. Sollten wir es hier schaffen, über die letzten tieferen Hochs hier, also über 45.000 Dollar, auszubrechen, dann gehen wir long in Richtung 50.000 bis 54.000 Dollar. Ihr seht auch, wenn wir hier uns nochmal das technische Preisziel hier von diesem aufsteigenden Dreieck anschauen, das passt hier genau zu unserem horizontalen Support und Resistance Level. Ihr seht, da wäre hier bei einem bullischen Breakout über 45.000 Dollar das Preisziel bei 54.000 Dollar und bei einem bellischen Breakout wäre hier das Preisziel bei dem unteren Ende unserer Range hier bei 30.000 Dollar. Das sind hier so nach wie vor die nächsten zwei mittelfristigen Trades, auf die ich Ausblick hier halte. Solange wir noch innerhalb dieses Patters hier seitwärts konsolidieren, werde ich keinen mittelfristigen Trade eingehen. Ich warte hier auf den bestätigten bullischen beziehungsweise bellischen Breakout und dann setze ich hier meinen nächsten Trade. Bei Ethereum ist die Situation ebenfalls noch unverändert. Ihr seht, wir haben es jetzt hier weiter in den letzten Tagen geschafft hier Support zu halten bei unserer aufsteigenden schwarzen Trendlinie. Ihr seht schon, seit knapp einem Jahr dient die hier als Support im März 2021 haben wir hier schon diese Linie öfters angetestet. Immer wieder haben wir hier den Boden gefunden. Das heißt, solange wir noch über diese aufsteigenden schwarzen Trendlinie sind und über unserem horizontalen Support über diese grünen Box bei 2.400 Dollar, solange sind wir hier auch noch auf der Seitenlinie. Erst wenn wir einen Breakout unter 2.400 Dollar sehen, hier dann auch noch mal den erfolgreichen Retail sehen, abgelehnt werden, gehen wir hier Short in Richtung 2.000 bis 1.800 Dollar und Long gehen wir hier auch erst, wenn wir es schaffen, diese obere Trendlinie, die ja schon seit November immer wieder als Resistance dient, zu preschen, dann gehen wir hier über 3.000 Dollar Long in Richtung 3.400 bis 4.000 Dollar. Das sind also auch hier die nächsten mittelfristigen Einstiege auf dem Ethereum US-Dollar-Tagesschart. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.